Herzlich Willkommen bei Cities Cadence 2 zu einem neuen Projekt. Ich probiere New Atlantis zu bauen. Dann würde ich sagen, wir legen gleich los und ich nehme euch da mit auf die Reise. Schauen wir mal, ob mir das gelingt. Einfach ein bisschen ausprobieren und los geht's würde ich sagen. Frage, wie ich am besten anfange. Ich bin jetzt am größten. Ich muss noch höher ein bisschen. Noch höher. Das ist zu hoch. Ich hoffe es ist hoch genug, sollte aber funktionieren. Ich werde hier nicht das ganze brauchen, aber schauen wir mal. Dann nehmen wir eine Straße. Was ist die hier? Machen wir mal grob. So. Dann kommt jetzt die Kurve. Kurve. Jetzt schauen wir mal. Ich gehe hoch. Da ist es. das ist. Genau. So, der erste Teil ist einmal geschafft. Das ist nur die Frage. 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 So, jetzt haben wir es. Ich tue mir da mal die Bäumchen weg. Braucht kein Mensch dabei. Ja, du sollst es wegmachen. Alles bitte. So, weil wir werden das nach innen bauen. So, dann kommen da Bäumchen hin. Das ist nur die Frage. Das ist nur die Frage. Das ist nur die Frage. So, die können wachsen. So, die können wachsen. Das ist nur die Frage. So, das ist nur die Frage. Das ist nur die Frage. So, das ist nur die Frage. Das ist nur die Frage. So, das ist nur die Frage. Das ist nur die Frage. So, 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 das ist nur die Frage. Vielen Dank. Okay. So, solange. Jetzt am Boden bitte. Okay. Untertitelung. BR 2018 Das sind aber keine 90 Grad, das gibt es nicht. Jetzt aber. So. Dann haben wir das. Da gehören noch ein paar Bäumchen hin. Danke. Da auch. Da auch. So. Haben wir das auch. Schwab das nicht über, oder? Nein. Perfekt. Genau. Da in der Mitte ist unser Mittelpunkt quasi. Da werden wir das auch mit folgt machen. Dann. 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 Dann haben wir die Gebäude Tage. Okay. So. Das ist unser Zentrum. Dann würd ich sagen... Dann würde ich sagen... Dann hören wir doch Wasser, ne? Machen wir jetzt mal den Strom. Das machen wir später. Zuerst werden wir Verbindung daher machen. Das sollte gehen. Kann ich etwas weg machen? Mach doch da nicht so einen Schlenker rein. So, das ist verbunden. Das geht jetzt da runter hoffe ich. Ich hoffe das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Genau Leute, so. Der fehlt zu einem Alm, oder? Genau, jetzt kommt da mal der Strom da runter. Obwohl. Aber jetzt. Ja. Ausgezeichnet. So, Strom ist da. Genau, Wasser und Abwasser fehlt noch. Sollten wir auch hinbekommen. So, Strom. Dann das Wasser. Wie fließt das denn? So rüber. So. Das haben wir. Abwasser fehlt noch. So. Ah. So ist das nämlich mein Trick. Nämlich damit, dass das auch hinhaut. So viel. So viel. Glaube ich, dass man am meisten rausholt. Was ist denn das? So. 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 Jetzt kann man mal laufen. Das läuft auch. Das läuft auch. So. Jetzt gehen wir hierher. Ähm. Wir wollten ja. Genau. Wir brauchen jetzt wieder die Straße. Und jetzt müssen wir das schauen. Dann müssen wir das wieder verbunden bekommen. Hervorragend. 1,3 waren es glaube ich. ein bild. Das ist eine gute Idee. Schöpfchen. Ja. Hervorragend. Du bist die Frage. Jetzt das eins. Da war es so. Sie waren es. Jetzt geht mit Ihnen. Drei. Tief. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, schütze ich das an? Cool. Perfekt schaut das aus. Das gefällt mir wirklich gut. Das heißt, jetzt können die ersten Menschen einziehen. Moment, wir machen zuerst jetzt die gängigen Sachen. Einmal das. Und es ist ein Polizex. Hauptquartier, Verwaltung. Da kommt ein Püro auch hin. So, Büros, Büros, da kommen, machen wir so eine Reihe mit Gewerbe. Dann, da drinnen eben hohe Dichte. Genau. Dann außenrum niedrige Dichte. Schauen wir eigentlich aus mit den Sachen. Strom ist genug. Wasser ist auch okay. Der Kranker schaut gut aus. Müll. Ausgezeichnet. Oh, die Feuerwehr. Habe ich glatt vergessen. Ja, das wird jetzt hier besser gerade. Katastrophen brauchen wir nicht. Gerichtpolizei ist sehr gut. Verwaltung. Schul passen auch. Post. Post. Ich bin sehr gut. So, wir fahren. So, dann fangen wir mal an zum Arbeiten hier. Wird das mal was da? Oder eher nicht? Also, wie man sehen kann, es entwickelt sich wirklich, wirklich gut. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass das eigentlich ohne wirklich größere Probleme funktioniert. Aber wenn man es sich so anschaut, schaut das erstens, finde ich, ziemlich geil aus. Also, bis auf da mit dem Wasser, aber das kann man sich ja wohl denken. Aber sonst, schaut das so cool aus. Und wenn da jetzt dann die Bäume noch wachsen auch, schaut das cool aus. Ein paar Gebäude noch fehlen. Also da, die inneren Ringe werden noch voll. Und ich hoffe, dass es dann bald einmal soweit ist. Aber mir gefällt das sehr gut. Sehr, sehr cool. Ich denke, das hat schon was, oder? Sehr cool. Dann schauen wir mal, dass wir da jetzt das weiterbringen. Genau, da haben wir ja auch unser Industriegebiet, was nicht so unwichtig ist. Und dann machen wir auch was hier. Ja, meine Lieben, ich werde euch dann wieder mitnehmen, wenn wir wieder weiter fortgeschritten sind. Und dann schauen wir sich das Ganze mal an. Und ich würde sagen, wir schauen uns dann einmal das Endergebnis an, wie es denn wirklich ausschaut. Bis gleich. So, meine Lieben, da bin ich wieder zurück. Und schaut euch mal das Endergebnis an. Schaut das nicht geil aus. Also, bis jetzt ist es auf die Wand, okay, aber wurscht. Aber sonst, schaut mal, schaut das geil aus. Mir taugt das mega. Ja, also, wirklich, wirklich, wirklich cool. Na gut, dann würde ich sagen, das war es für die Folge. Und schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ja, lasst gerne ein Like da. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit einschaltet. Und ja, macht es gut. Ciao.